Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ARK. Wie immer mit dabei der Kevin, der Schützel und jetzt auch der Antwoch. Ja, hallochen miteinander. Wir haben einen Gast mit Antwoch. Wir wissen nur noch nicht, ob er gekommen ist, um zu bleiben. Oder nur gekommen ist, weil er es nötig hat. Das wissen wir noch nicht. Ich bin ja eher für die zweite Variante. Wahrscheinlich. Ich hab dir da noch T-Shirt und Hose hingeschmissen hinter dir. Hinter dir, Hose, T-Shirt, wie wärs? Hast du schon meinen coolen Hut gesehen? Keks, deine Klamotten. So, wir werden erstmal so langsam anfangen, hier uns Platz zu verschaffen. Hast du schon meinen coolen Hut gesehen, Kevin? Ja. Das heißt, um dann auch unsere Bauvorhaben, in Anführungsstrichen, irgendwann früher oder später zu verwirklichen. Ich geh Dodos killen, ich geh Dodos killen. Anführungsstrichen. Na, Nate, und du? Ne, weißt du, die sind von alleine aus gestorben? Ach, du warst dran. Komm da runter. Das heißt, du hast schon gelebt, zur Zeit der Dinosaurier. Ja, ne, irgendwer hast du da raus gewartet. Ach, leiser. Dann wissen wir ja schon mal, wer tatsächlich der End ist und das Fossil. Ich dachte, wer nicht wärst. Der ist end kaputt. So. Ach, Dodos hat nischt. Krieg ich dafür wenigstens dp, wenn ich die Biester kalt mache? Ja. Du kriegst so dp, wenn wir was abwauen. You defected? Was heißt defected? Äh. Achso. Du hast, glaub ich, gekackt. Achso. Naja, passiert. Kloppt da grad jemand mit mir auf den großen Felsen? Ne? Dö. Und da hab ich jetzt mal angefangen, so langsam, dass wir den mal klein kriegen. Oh. Boah. Alter. Ich würde sagen, der ist klein. Ja. Noch halbwegs. Er ist verschwunden. Also hier wollen wir so Stück für Stück. Hey, was ist denn das für ein Vogel? Äh, nicht angreifen bitte. Ich frage nur, was das für ein Vogel ist. Die sind cool, die kannst du dir dann auch auf die Schulter setzen. Da hab ich's dann aber. Na, Nate? Genauso wie kleine Affen. Ich seh schon. Du bist dabei, Anfänger gut zu beobachten. Mach das mal. Wie crafte ich denn was? Ähm, über I. Also wenn du ins Inventar gehst. Und dann ist oben rechts steht Inventar und Herstellbares. Ah, da. Genau. Da hast du noch nicht allzu viel drinnen, logischerweise. Für die Steinachs bauen, das brauch ich nicht mehr. Holz, Stroh, Feuerstein. Du kannst auch mal in die, äh, von den Felsen hier. Guck mal. Du musst ja erstmal eine Pickaxe bauen, dass du dir dann eine Axt bauen kannst. Genau. Ähm, du kannst auch bei uns mal in die Hütte reingehen und in die Kisten gucken. Da ist Material drin. Wo kriegt man Stroh her? Vom Bäum? Vom Bäum. Also wenn du, wenn du mit der Pickaxe Bäume fällst bekommst du mehr Stroh als Holz. Und mit der Axt natürlich andersrum. Aha. Ähm. Du krassel Geist. Von was? Was? Pilze hat sich fast beibehalten. Ja, gell? Was ich ihm beigebracht hab. Respekt. Ja. Im Off musste ich noch fragen, wie das Inventar aufgeht, bis ich es selbst gemerkt hab. Ja. 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 Also Bambus kann man schon mal nicht abbauen, hab ich rausgekriegt. Dann hau ich halt den Baum hier. Ähm. Kannst du schon, indem du eh drückst. Was macht eigentlich... Ich weiß was. Ich weiß was. Ich seh grün. Was? Dann komm mal heran zu mir. Ja, ja. Ich lauf auf euren Namen zu. Irgendwas hat mich gezwickt. Wahrscheinlich war's Rex. Äh. Wo bist du denn einfach? Ach so. Ich bin schon wieder bei euch. Ach so. Irgendwo da im roten Gras. Ja. Nate, komm mal mit. Los, ich hab Futter für dich. Nate, guckaschön. Hier ist nischt. Alter, Nate hat gekackt? Ja, Nate hat gekackt. Hier ist nischt. Hier ist nischt. Da hat wahrscheinlich zu euch noch einen Baum gekloppt und hat selber Schaden gemacht. Ja, ja. Grün. Warum bin ich dann grün geworden? Also warum hab ich nur noch grün gesehen, sagen wir es mal so. Ich nehm... Oh, weil du nicht grün gestandest. Äh... Ah, ne. Da hat sich n Dido angeschmuckt. Ich wollte was sagen, n Dido. Hat ich wahrscheinlich angeschmuckt. Oh, wo ist der? Weil ich hab nämlich kennkrennt. Bin dann weggerannt, als das passierte. Ich war an dem Baum und hab den gehauen, wo du jetzt dran stehst, Kevin. Da hast du möglicherweise auch den Dido erwischt. Bei dem Hauen. Ne, hier wischt ja nicht. Hm. Mh. 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 Aber wie findet man eigentlich einen Feuerstein, wenn man noch den Werkzeug hat? Indem du dir erstmal eine Pickaxe baust. Genau. Indem du dir das blöde Pickaxe baust. Mh. 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 Peniskopf verdammter. Mh. Das schaut schon wesentlich besser aus. Also nett. Lass dir mal, Kevin, auf jeden Fall noch die Felsen, die unsere Hütte weg umdecken. Und wo gehen jetzt den Stein her? Die sollten doch halt liegen überall auf dem Boden herum. Das sind Steine? Hör der Sache. Boah, ja überall Steine, Junge. Alles eingreifen hier. Alles meins, alles meins. Dann holen wir nochmal ein bisschen Holz. Ach das ist ja cool, ich kann doch hier... Oh, Bären! Kann man die alle essen oder sollte ich mir das Sorgen machen? Äh, schwarze und weiße nicht essen. Genau. Schwarze und weiße nicht. Ich hab schon schwarze. Keks, willst du eine schwarze Bäre? Nein. Also ich weiß nicht, irgendwas ist mit meinen Grafikeinstellungen in Ordnung. Ähm. Geh mal nach der Folge einfach auf Options. Dann machst du anwenden. Ja, das kann ich jetzt auch machen, weil das ist ja... Ne, bringt ordentlich. Ich hab auch versucht. Ich hab's ja schon... Also ich hab ja jetzt schon auf episch alles stehen, also fast. Ja, das fuckt manchmal ein bisschen. Eine Pickett. Dass das so scheiße aussieht. Ich hab mir das vorher schon gedacht, dass ich gejoint bin, ehrlich gesagt. Bei mir leckt's ab und zu immer mal so kleine Flüsse. Also wenn ich am Baum hingehe zum Beispiel, das schaut grausam aus. Wirklich grausam. Ich sollte vielleicht mal was essen, oder? Oh ja. Komm, wir entladen uns erstmal. Weiß nicht, hat er gesagt. Blau kann ich essen. Dann kann ich bestimmt auch rot essen. Genau, und gelb. Und lila. Und lila. Und gelb. Dann hau ich die mir mal ins Gesicht. Jami, 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 jami. Naja, sehr satt machen die ja nicht grad. Haben wir eigentlich noch Fleisch? Nach und nach. Achso, ich hab mir die jetzt grad alle in den Schacht. Oh, ich muss... Nate, wir müssen erstmal zum Wasser. Muss ich hier jetzt auch noch irgendwelche Steine kaputt haben? Äh, ja, also... Die... Auf der Seite, wo Kix ist, beziehungsweise die kleinen Steinhaufen hier. Alter! Wirf hier nicht mit Steine rum! So. Ohne wahrscheinlich was zu trinken, ne? Muss ich den jetzt hier noch kleiner hauen, oder nicht? Ne, die... Wenn die's verhält, dann war's das. Ja. Hey, hier kann ich Metall abbauen. Und Feuerstein. Das ist ja cool. Aber verschwindet das Ding hier nicht. Was für'n Ding? Wo ich hier grad drauf rumhabe. Ich hab ja jetzt schon... Elf Feuersteine rausgehauen. Und noch zwei. Und... Ja, manche Steine verschwinden nicht. Das hab ich auch schon gemerkt. Äh, die kleinen brauchen wir und so weiter. Die da auf dem Boden immer liegen. Dieser Häufchen. Ja, gut. So, bist er schöpft. Er wird schon wieder gekackt. Jetzt ist er kaputt gegangen. Aua! Machst du mich bauen, Kevin? Klapp dich ja nicht, ja. Hat mir grad wehgetan dann. Warum hast du gekackt? Warum nicht? Okay, ich bin level up. Sehr schön. Dann gucken wir doch gleich mal, was ich für jetzt kann. Hast du meine Kacke aufgenommen? Biegst du an meiner Kacke, Kevin? Ey, jetzt zum Beispiel grad die Felsen bauen sich jetzt bei mir auf. Das ist ja unglaublich, ey. Das ist ja eine ekelhafte Textur. Ah? Also ich werd nach der Folge nochmal einen kompletten Relog machen. Also spiele auch Neustatten und so. Ich hab dir meine Kacke geworfen. Du bist ein Schwein. Mit meiner Kacke oder mit deiner Kacke? Mit deiner. Okay, ich werd meine Kacke sammeln, dann mach mir eine Kackschlacht. Na, Barbie? Na, Rex? Alles klar? Okay, besser als Leifes Feudel, weil ich hier von Anfang an was Sinnvolles machen kannst. Also das, also ganz ehrlich, wer das bei mir sieht, es ist nicht mein Rechner. Ich hab keine Ahnung, warum das echt so grobig ausschaut. Ich würd ja am liebsten... Ey, ich versuch mal, weil ich hab das auch. Ich versuch mal kurz ne Reconnect. Ich hab ja keine Ahnung, oder? Ja, ja, ja. Werden die Werkzeuge besser, oder...? Ne. Ne, gut. Also da muss ich dann halt neues Material sozusagen irgendwann mal... Na, du kannst du auch reparieren. Oh, ich brauch Stroh, ich hab keinen Strom mehr. Beziehungsweise, ähm, kriegst du halt später dann ein Eisenwerkzeug. Verstehe, verstehe. Ja. Ich hau jetzt ja noch... Dings weg, und dann muss ich noch mal bisschen Stroh sammeln. Ja, sag mal, wie war denn das wieder mit dem Teilen, Kevin? Ach, hab schon, hab schon, hab schon, hab schon, hab schon. Ne, ist immer noch so. Also ich werd dann das Spiel nochmal, nach der Folge, das Spiel nochmal neu starten. Komplett. Weil, also das ist ja eine echte Zumutbar. Das ist ja grausam. Ganz ehrlich. Das macht dann überhaupt keinen Spaß so. So, wir müssen erstmal in die Kisten gucken. Oh, 34 Feuersteine. Was mach ich mit dem tollen Metall? Ähm, in die Kisten packen. Was für ein Kugoks dafür macht der Hund, äh, der Hund verziehen. Du, wenn's in die Kisten guckst, die sind alle ein bisschen sortiert schon. Ja. Dann einfach, ja, einsortieren. Oh, ich möchte was dir gerne sagen. Äh, wir bräuchten Fleisch, singe ich gerade, wir haben kein Fleisch mehr, kann es sein? Doch, was ist in den Dinos? Ach, in den Dinos? Musst du bloß braten. Binge das braten. Wo finde ich Stroh? Äh, in den Kisten. Nein, wo finde ich's normal? In den normalen Bäumen. Bäume. Und nur Bäume, also sonst nicht. Ja, was für Stroh? Tetsch oder Feiber? Naja, richtig Stroh, Stroh. Was ich für die Spitzsacke brauche. Also Tetsch. Äh, kriegst du aus Bäumen, indem du mit der Spitzsacke drauf fährst oder mit der Fahrst? Ja, jetzt mit der Fahrst. So, ich hab keine Spitzsacke mehr. Da hinten läuft noch ein Dino. Der hat mich bestimmt vorhin angerotzt, das dumme Vieh. Du bist echt. Eckert? Ja. Aber Wheelock hat mich gekocht und Einstellungen rumstellen hat auch nicht gekocht. Ne, ne, ich mach dann komplett. Ne, sag mal, warum glotzt du durch die Wand? Komm mal her. Ne, ne. Nimm den Kopf aus unserem Haus. Weil du ihn zu weit reingestellt hast. Nein, ich hab Folgen gemacht. Ich hab mir mit bloßen Händen ein Baum gefällt. Ich bin so krass. Meinsthaft. Ja. Hast du schon mal mit bloßen Händen ein Baum gefällt, Kevin? Ja. Ah, ich meine im echten Leben. Hast du's denn schon mal im echten Leben? Ich will auf dieser Schildbröte reiten. Geht das? Peter. Aber ich will jetzt drauf reiten. So, ich hab noch sieben Fleisch sind aktuell noch in der Mache. Meine Frage, was gibt's eigentlich hier an diesem komischen Türmchen? Ich hab schon wieder gekocht. Welches Türmchen? Na, die da so leuchten, ne? Guck mal auf Seite Rex. Na, die Großen, oder? Ja, beide von mir aus. Die Großen, das sind einfach nur Urbanisten, da kannst du beispielsweise... Aua. Beispielsweise? Ähm, die Brutmutter. Heraufbeschwirren. Babi hat gerade was gekillt. Ja. Dilo. Dilo. Okay. Ähm, Brutmutter, oder? In Trachen, oder? In Riesenaffen. Aha. Das ging jetzt schnell. Heraufbeschwirren, bzw. ähm, an den Kleinen findest du Luft. Aha. Achja, Moment, ich hatte ja Level Up. Je nach Farbe und Level. Aha. Weiß kannst du auflesen. Was sollte ich auf... äh, äh, was sollte man leveln hier vom Prinzip? Erstmal Gewicht. Erstmal Gewicht. Ein Stück weit. Bis 150 in etwa. Zündpulver habe ich noch mit gelernt. Zündpulver habe ich noch mit gelernt. Ja. Ja, das geht recht schnell eigentlich. Haben wir auch noch was drauf gesteckt. Ja, genau. Zu Beginn zumindest. Das hatten wir ja gleich am Anfang in den ersten Folgen gesagt. Und... Du bist tot, Kevin. Ach, ein Mega-Piranha hatte ich getötet, Kevin. Sowas aber auch. Kevin ist gestorben. Nein, 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 nein. Ha, 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 ha. Ok, ansonsten, keine Ahnung. Probieren wir es, wenn es nicht besser wird, dann nochmal mit dem Server Restart oder... Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm... Ja? wie viel von diesen steinen soll jetzt hier eigentlich weg also alles erstmal was hier in dem vorderen bereich ist die hintere wo jetzt die hütten sind die lassen wir mal noch stehen dadurch haben wir noch ein gewissen schutz ein bisschen aber die kleineren alles davon dass dann schon mal weg ist weil wir dadurch den platz dann brauchen auf sicht auf diesem plateau quasi unsere Basis Burg was auch immer Siedlung hier errichten werden Entschuldigung ich hab ganz viel Feuerstein ich mach jetzt erstmal die ganzen kleinen Häufchen hier weg aber ich bin jetzt gleich schon über der Asche einfach dort wo es in der Stellzugriffsleiste ist erst wenn du die Zahl drückst und du hast das benötigte Material im Inventar dann repariert er sie automatisch also wenn du zum Beispiel auf 1 hast drückst du einfach auf die 1 dann repariert er dir die automatisch so lange wie du das das zeig ich dafür da hast genau was du halt brauchst zum reparieren die fliegen über die Felsbrocken rum mega lag gerade der server ist halt ein bisschen buggy finde ich ja lag ziemlich die schauen aber komisch aus die steine von innen so schauen wir mal was können wir jetzt auch so machen was macht denn jetzt Sinn Kochtopf hast du ja schon Kevin ja Leuchtpistole hast du ja auch schon was so geil ist Bola was für ein Ding Bola doch das ist so ein Wurfschleuder so verbessert ach ja 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 habe ich noch keine Erfahrung mit ähm Pflanzenbeet wie wärs damit ein kleines Pflanzenbeet ja dann lerne ich das mal ich bin überladen ähm Stimulantien Bauch mal nicht unbedingt ok Schießpulver hab ich hast du schon ok dafür bräuchte ich sowieso erst noch was anderes bevor ich das lernen kann einfaches Bett müsste ich mal lernen vielleicht auch muss 11.15 werden aber jetzt kann ich nicht lernen warum weil mir noch was anderes fehlt weil ich den Schlafsack noch weggelernt habe ok also dann lerne ich den jetzt erst mal du meinst wegen dem Sattel ne wo soll ich das Zeug reinpacken hier was ich anders habe in die Kisten hier oder was du hast gemeint wegen dem Sattel ne deswegen willst du Level 15 äh erstens das und zweitens wegen was anderes ok was ist hier drinne wegen einem Floß ah so hab ich dass wir mal einen Ausflug machen können jetzt will ich grad mal schnell was gucken ne komm mal her ähm ich hab das gebraten Fleisch bei Rex drin ok Feuerstein ich geh mal ein bisschen jagen alter ich hab ganz ich hab genauso viel Feuerstein gefunden wie ihr in eurer Kiste habt ne immer noch nicht besser also immer noch komplett verpixelt verpackt das ist ah also so die Sonne und so das schaut echt nice aus muss man sagen das ist echt gut ähm auf die Entfernung und so ist es auch in Abnung alles aber wenn du zum Beispiel an einem Baum nah rangehst das ist einfach nur total verwaschen und so ja das ist auch das Haus und so ja genau ist einfach nur hässlich einfach nur ach Gott äh Kevin nein äh ich bin schon jagen ne nur damit du Bescheid weißt ja ich muss aber leveln deswegen will ich jetzt auch jagen ja ich um wie lange 15 zu werden um mein Dino und sämtlichen anderen Scheiß und ich würde einfach sagen einfach um zu lernen vielleicht wir machen hier an der Stelle heute mal ne kürzere Folge und schau mal so dieses Grafikproblem hier wirklich in den Griff bekommen und das ist ja das sagt er jetzt ist wie wo ich jagen bin ach so ach du bist schon unterwegs naja gut aber auch alle dem ich mein wie lange möchtest du den Jagen bleiben dein theoretisch näher und so weiter ja halt theoretisch dann ist die Folge auf jeden Fall drum während deiner Jagen ne nö das ist mein Dino Kix hat noch gar nichts dazu gesagt ich hab grad so ein Dino entdeckt obwohl ich grad noch wüsste was das ist deswegen war ich etwas neben der Spuren ja aber was soll ich dazu sagen tschüss ach so ja also ja also ich hab's gehört Nette Abschluss für die Folge. Genau, ich wollte es gerade sagen. Wunderbarer Abschluss. Macht es gut. Ciao. Tschüss.